Da ist wieder eine neue Folge, weil es Dienstag 20 Uhr und wir sind hier im Studio und reden über was. Die einen lieben es, die andere hassen es. Sport. Und genau darum soll es heute gehen. Wir haben heute Nick Haßmann bei uns im Studio zu Gast. Hi. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. 13 Mal schon Judo Champion gewesen und Body Transformation Spezialist. Was genau das ist, darüber sprechen wir gleich. Mit dabei sind natürlich auch unsere beiden Social Media Experten Petram und Ilja. Hallo. Hey. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr da seid. E klar. Dankeschön. Und wir werden heute über alles sprechen, was den Fitnesstrend in den sozialen Medien ausmacht und welche Relevanz Instagram und Co. eigentlich wirklich für das Fitnessbusiness haben. Also, falls euch das interessiert, dann bleibt es doch unbedingt dran. Motivationen, um Sport zu treiben, gibt es ja bekanntlich viele. Die einen wollen abnehmen, die anderen Muskeln aufbauen, andere plagt einfach das schlechte Gewissen und sie wollen es loswerden. Bei uns im Studio ist einer, der hat mit all solchen Leuten zu tun, nämlich Nick Haßmann. Du beschäftigst dich ja genau eben mit solchen Leuten. Sie kommen zu dir mit Fitnessthemen, mit Problemen, richtig? Genau, mit allen möglichen Problemen. Alles rund um den Körper. Ich liebe ja dabei deine Jobbeschreibung. Body Transformation Spezialist. Ich finde, es geht ein bisschen Richtung so Key Account Manager. Jeder hat es schon mal gehört, aber keiner weiß so richtig, was ist das. Vielleicht kannst du es für uns aufklären. Was machst du jeden Tag? Die kurze Antwort ist, ich verbessere Leben. Und die längere Antwort ist, ein Kunde oder ein Mensch kommt zu mir mit irgendwelchen Fitnessproblemen oder Gesundheitsproblemen und ich schaue, wie ich das möglichst schnell und effizient lösen kann. Was sind da die Mittel? Einfach jetzt reines Trainieren im Fitnessstudio oder geht es darüber hinaus? Genau, die meisten kennen ja, wenn es darum geht, um sich besser zu fühlen, soll man trainieren oder besser essen. Aber das sind die Dinge, die die meisten eh machen und beim Großteil funktioniert es leider trotzdem nicht. Und dann komme ich ins Spiel und dann gibt es Schlaf, Supplements, Ernährungsoptimierung, Hormonoptimierung, Darmgesundheit. Da gibt es so viele Bereiche noch, die man optimieren kann. Und ja, das kann man bei mir machen alles. Also du kommst dann ins Spiel, wenn die Leute irgendwie ein bisschen frustriert und verzweifelt sind, weil sie nicht mehr weiterkommen. Genau, also sie haben schon sehr viel probiert. Die meisten Menschen, also ganz wenige haben noch gar nichts probiert, aber sehr viele Menschen haben schon einiges probiert. Und ich bin dann sozusagen das Bindeglied und bin dann der Part, der sagt, warum es funktioniert und warum es nicht funktioniert. Was ist so das Häufigste, was dir unterkommt? Die häufigsten Probleme, die die Leute haben? Eigentlich nichts Besonderes. Eigentlich nur die Grundbasis. Also die meisten machen einfach die Basis nicht richtig und fokussieren sich immer auf Dinge. Sie denken, es gibt so die eierlegende Wollmilchsau und es gibt den Knopf oder die Übung oder das Supplement, was man nehmen kann. Aber eigentlich ist es, die Grundbasis besser und effizienter in den Alltag einzubauen, so dass es irgendwie schmerzfrei ist und eben nicht nur schmerzfrei, sondern so locker von der Hand geht. Okay, also eben nicht nur Sport. Und du selber kommst ja eigentlich aus dem, also selbst wenn du jetzt nicht mehr trainierst, du bist aus dem Fitnessbereich quasi. Wie ist dein Zugang zu dem ganzen Thema? Wie bist du auf das gekommen? Also eigentlich ganz am Anfang aus egoistischer Sicht, weil ich Profisportler war und ich bin 13 Mal Judo-Staatsmeister. Mein Vater hat schon immer auf Fitnesscenter geführt und 2020 haben wir dann auch durch Ilja und Petrom, die haben da auch mitgewirkt beim Galaxy Fitness im Brunheimgebirge, ein ganz cool, wenn wir schon beim Thema sehen, Influencer-Fitnessstudio oder es schaut halt sehr Instagram-Abel aus. Ja, bin ich da reingerutscht unter Anführungszeichen, aber so der ganz Start war, also der anfängliche Start war, ich wollte mich selber verbessern und ich wollte wieder zurück zur Weltklasse kommen im Judo, nachdem ich Verletzungen erlitten habe. Und da habe ich dann einiges probiert an Ausbildungen, habe alle möglichen Bücher gelesen, war bei Ärzten, war bei Consultants und habe halt sehr, sehr viel Wissen angesaugt und Wissen eingenommen zu mir und ja, und das hat dadurch geführt, dass ich das Ganze weitergegeben habe und ja, mittlerweile über 1000, 2000 Menschen geholfen habe. Wahnsinn. Über dein Comeback quasi nach einigen Verletzungen werden wir auch später nochmal sprechen und auch darüber, was es denn so für Vorteile hat, wenn man ein sehr Instagram-Abel-Fitnessstudio hat. Also wer da irgendwie sagt, interessiert mich, der sollte dranbleiben. Thema Fitness und Social Media, um das wird es nämlich heute noch gehen. Wir hören uns gleich wieder. Wir erinnern uns alle an den März 2020, an den ersten Lockdown und das war auch irgendwie der Monat, in dem auf einmal alle sportlich geworden sind, inklusive mir. YouTuber und Influencer wie Pamela Reif sind mir persönlich Ärger hängen geblieben aus der Zeit als Werner Kogler und Co. Und irgendwie hat das was mit den Leuten gemacht. Irgendwie sind auf einmal alle zu, zumindest möchte gern, Fitnessliebhabern geworden. Spätestens dann war also klar, Fitness ist keine Nische mehr, sondern es ist irgendwie Teil vom Alltag vieler. Petra und Ilja, würdet ihr sagen, hat man diesen Trend, diesen Hype auch in den sozialen Medien irgendwie deutlich mitverfolgen können? 100 Prozent. Also man muss sich vielleicht nochmal in diesen Zustand zurückversetzen. Die ganze Welt ist entschleunigt worden zu dem damaligen Zeitpunkt. Und wir als Agentur können auch zurückblicken und sagen, das Ganze hat uns ein bisschen in die Hände gespielt, weil die Leute, also Betriebe, zumachen mussten. Und die Leute haben gemerkt, okay, wenn das passiert, dann muss ich auf Online umswitchen. Das heißt, viele Unternehmen, die damals keinen Online-Auftritt gehabt haben, keine soziale Media-Präsenz, sind zu uns gekommen oder zu anderen Agenturen und haben gesagt, hey, wir müssen unsere Kunden und Kundinnen weiter erreichen können. Die User, die hatten viel Zeit, denen war langweilig. Fitnesscenter sind zu gewesen. Das heißt, du hast einfach sehr, sehr viel Bedarf gehabt dafür, dich weiterhin sportlich zu betätigen und natürlich auch irgendwie dem Lagekollaps zu Hause irgendwie entgegenzuwirken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie er sagt, Menschen brauchen ja zum Überleben und Glücklichsein nicht nur Sauerstoff und Wasser. Wir brauchen vor allem Interaktionen miteinander. Die fehlen ja fast komplett, wenn ich eingesperrt bin. Und wir brauchen Bewegung. Und wo mache ich Bewegung am besten, wenn ich nirgendwo hingehen kann? Halt zu Hause. Aber wer zeigt es mir? Da kamen sie. Und da kamen sie, einer nach dem anderen. Nick, du bist ja schon in der Fitnessbranche weit vor dem Corona-Lockdown und vor Pamela Reif und Co. Wie stehst du zu diesem Boom der letzten Jahre? Vor allem seit Corona ist das wirklich explodiert. Und ich bin ja professionell in dem Bereich tätig seit über zehn Jahren, also fast 15 Jahre. Und es ist lustig mitzuverfolgen, wie echt einige Leute. Also ich finde generell der positivste Aspekt von dem ist, dass sehr, sehr viele Menschen, die vorher vielleicht nicht zur Bewegung ermutigt worden sind, sich auf einmal bewegt haben. Aber da ist auch ein großer Unterschied zwischen Bewegung und Training zum Beispiel. Also viele bewegen sich nur und trainieren nicht wirklich. Kann ich? Ja, fühle ich mich jetzt angesprochen. Danke. Hast du mich trainieren sehen? Noch nicht. Nein, bewegen. Noch nicht. Und aber siehst du das als Problem? Ich meine, Bewegung grundsätzlich ist einmal was Gutes, oder? Genau, sehr Gutes für jeden. Also jeder bewegt sich wahrscheinlich im Alltag viel zu wenig. Also das mal vorweg. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache. Nick, es gibt ja Social Media Influencer im Fitnessbereich. Die regen einen zur Bewegung an. Und dann gibt es halt Fitnesstrainer, die ihr Fach wirklich verstehen. Ist es positiv, in deinem Glauben zu verstehen? Ja, vielleicht noch kritischer gesehen. Aber ist es positiv, dass es so viele Menschen gibt, die Influencer sind, sich mit der Materie nicht ausgehen, aber trotzdem Menschen bewegen, sich zu bewegen? Generell zur Bewegung ja, aber ich sehe halt auch die andere Seite. Zu mir kommen ja meistens, ich bin so wie ein Auffanglager von sehr, sehr vielen, ich will jetzt keine Marken nennen, aber wirklich, bei Ernährung. Dieser Ernährungshype über Kalorien und Süßungsmittel und der nächste Regel und das ist gut und das ist gesund. Die Leute kommen zu mir und denken wirklich vom tiefsten Herzen, hey, meine Lieblings-Influencerin bewirbt das, das kann doch nicht schlecht sein. Und dann bin ich einer, der Biochemie und so weiter sehr interessiert ist und schaue dann hinten auf die Verpackung, nicht auf die Nährwertangabe, weil die Nährwertangabe ist sehr, ja, die kann oft lügen, aber die Zutaten können nicht lügen. Und wenn dann 80% Chemie drinnen ist, das ist einfach nicht gut. Genauso ist es aber auch, glaube ich, nicht nur bei der Ernährung, sondern wenn man jetzt beim Thema Bewegen ist und wir alle kennen Leute, die sich vielleicht mehr bewegen oder vielleicht weniger trainieren, aber die kommen dann zu dir, machen vielleicht seit eineinhalb Jahren Sport und super aktiv, gehen drei, viermal die Woche in irgendwelche Kurse, aber es geht halt nichts weiter oder die sind körperlich nicht da, wo sie gerne wären, vergleichen sich aber auch im Social-Media-Bereich und da musst du dann, glaube ich, ja auch wieder mal ganz von vorne anfangen, die Basics durchgehen, um dann einfach auch Ergebnisse liefern zu können. Und vor allem auf der psychischen Ebene einen Realitätscheck hervorrufen, weil die Influencer, die meisten, die wirkliche Fitness-Influencer sind, die ganz viele helfen nach und die, die nicht nachhelfen, sind entweder von Natur aus sehr genetisch, also begünstigt. Und dann kommt irgendwer, Huns und Kuns, wie man sagt, und denkt sich, uh, ich kann das nachmachen, aber ist vielleicht gar nicht dazu in der Lage, weil die Grundbasis einfach noch nicht funktioniert. Und da ist so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, was kann ich wirklich an Tipps und Hacks mitgeben, oder da geht es eigentlich um Erziehung vom Influencer. Und leider sehe ich, dass aktuell 80, 90 Prozent der Influencer zu viele Sachen bewerben, wo die Grundprodukte nicht gut sind oder die Grundhaltung so religiös fast ist. Du kannst nur das essen oder du darfst nur das machen. Und es wird viel zu wenig individualisiert und viel zu wenig zum Beispiel Umfragen gemacht oder dann Live-Sessions mit der Follower-Anschaft, dass ich sage, hey, meine Follower, was macht sie, keine Ahnung, eine Umfrage und dann wirklich genau auf dieses Thema eingehen und nicht sagt, hey, ich mache das, macht sie es auch, dann schaut sie so aus wie ich. Das ist so ein bisschen gefährlich. Das heißt, es muss individuell auf jeden Menschen abgestimmt werden und eben nicht blind nachmachen, was die online machen. Es muss nicht alles abgestimmt werden, so die Grundbasis, mehr Bewegung, mehr Sonnenlicht, mehr soziale Interaktion, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, nicht nur Social Media. Das Positivste bei Social Media ist dieser Social Aspekt, nicht der Media Aspekt, sondern der Social Aspekt. Und wenn man Social Sports macht, zum Beispiel so, was jetzt gerade aufpoppen überall, Social Running Clubs, das ist die perfekte Art von Social Media, weil du begünstigst Leute oder du erziehst sie zur Bewegung, hast noch eine soziale Interaktion und machst gleichzeitig noch Marketing, das ist, finde ich, das perfekte Trilogie. Alles in einem quasi, wenn es die Leute dann reposten auf Instagram und dann wird es immer größer. Gibt es ja auch einige in Wien oder Österreich generell, wo das wirklich perfekt funktioniert hat, wo man es sieht. Ich glaube, das Gefährliche, was ich mir oft denke in den sozialen Medien, ist dann dieses Halbwissen, gerade wenn es um den Körper geht und Gesundheit. Wenn dann das so viele Leute machen, woran liegt das, glaubst du? Also weil an der Expertise liegt es ja dann häufig nicht. Ich glaube, es liegt schon an der Expertise und am wirklichen Wissenstand. Aber zum Beispiel die Frage, die mich ganz, ganz viele Leute stellen. Nick, was ist jetzt die beste Ernährung? Das fragt sich jeder Zuhörer. So, meine erste Antwort, die beiden Jungs kennen schon, ist, wie lange ist ein Seil? So, wenn das nicht sofort jeder versteht, frage ich, was ist das beste Auto? Ein sehr gutes Auto ist wahrscheinlich ein Porsche Turbo S. Das hat aber zwei Sitze plus zwei hinten für Gepäck. Aber wenn wir jetzt zu viert oder mit dem Videografen zu sechst irgendwo hinfahren wollen, jetzt, heute, dann ist das falsche Auto zum falschen Zweck. Und so sehe ich zum Beispiel Ernährung auch. Ernährung ist die, die dich zu deinem aktuellen Ziel, mit deinem aktuellen Vorhaben und deinem aktuellen Umfeld an dein Ziel bringt. Und nicht irgendwas, hey, mach Carnivore oder vegan oder Low Carb, High Carb. Das sind alles Dogmen, fast religiös. Und das ist halt ganz weit weg von individualisiert. Wie du das selber auch umsetzt als Sportler, als Judo-Sportler für dich selbst, über das werden wir gleich noch sprechen. Deswegen, ja, ich würde sagen, dranbleiben, weil du kannst da vielleicht auch den Leuten einige gute Tipps mitgeben, die sie dann umsetzen können. Sehr gern. Nick, du siehst ja Fitness-Influencer auf Social Media durchaus sehr kritisch, kann man so sagen. Trotzdem sind sowohl Fitness als auch die sozialen Medien ja irgendwie Teil von deinem Business, sogar sehr großer Teil. Das heißt, es muss auch irgendwie Vorteile geben. Was sind für dich Vorteile an den sozialen Medien? Genau. Generell gibt es ja nichts mit Vorteil, ohne Nachteil oder umgekehrt. Und ich bin da so nach dem Prinzip First Principles Thinking angegangen, das ganze Social Media Prinzip oder das ganze Social Media Thema. Und für mich gibt es eigentlich nur zwei Bereiche, wofür Social Media, für meine Meinung nach, also in meinem Bereich notwendig sind. Es gibt noch den dritten, das ist Entertainment. Dafür bin ich nicht zuständig. Es geht darum für mich, richtiges Wissen zu vermitteln, das auch anwendbar ist, also Mehrwert zu bieten in meinem Bereich. Und der zweite Bereich, für mich selbst auch Kreativität zu entfalten. Also das sind die zwei Sachen. Und wenn ich das kombiniere und mein authentisches Ich mit meinem Wissen schön nach außen transportiere, dann wird das resonieren mit Menschen, die genau das suchen, was ich wiedergebe. Glaubst du, ist es wichtig, Qualität zu bieten, eben in einem Pool von Fitness-Influencern, die eigentlich von der Materie wenig Ahnung haben teilweise? Ja, sicher. Hast du schon mal Zahnschmerzen gehabt? Ja. Von einem schlechten Zahnarzt dich behandeln lassen? Ja, die waren immer recht nett eigentlich, aber ja. Aber du hast ja nicht auf YouTube angeschaut, wie du dir selber die Zähne behandelst. Das stimmt. Und um das geht es für mich. Gott sei Dank. Naja, aber weil ich meine, weil trotzdem bleiben ja alle die, die es schlecht machen, trotzdem auf der Plattform und haben trotzdem ihre teilweise sehr große Reichweite. Das stimmt. Aber long term und man sollte long term denken, weil Social Media ist eh die ganze Zeit short term. Nicht nur short form, sondern short term. Es ist alles zehn Sekunden da oder drei Sekunden. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne, das müsst ihr wissen, ist ein bis drei Sekunden wahrscheinlich. Wir haben beim Radio immerhin sieben. Okay. Ja, bin stolz drauf. Wie ein doppelter Goldfisch oder so. Ja, genau. Entschuldigung, wo war ich stehen geblieben? Ja, also du meinst, dass es eben, es gibt die einen, die es nicht drauf haben oder die nicht gut machen. Genau, aber Qualität wird sich long term immer durchsetzen. Immer. Ich finde, dass du vorher was Gutes gesagt hast. Wir haben vorher geredet natürlich vor der Sendung. Und du hast gemeint, das Problem ist, dass viele starten mit dem Social Media gehen für mehr Reichweite. Und wie hast du das gemacht? Bei dir war der Ansatz ein anderer, oder? Ja, für mich, so wie damals im Sport, meine Grundeinstellung als Fitnesstrainer war, ich will mit Abstand der beste Fitnesstrainer auf der Welt werden. Und was macht der beste Fitnesstrainer? In der kürzesten Zeit möglich seinen Kunden glücklich, indem er sein Ziel erreicht so schnell und effizient wie möglich. Mir kommt vor, aktuell die heutigen jungen Leute, Fitness ist cool, ich schaue ganz gut aus. Dann wäre ich mal Fitnesstrainer und da verdient man sich ja nicht schlecht. Und ich finde, das ist ein bisschen der falsche Zugang. Geld wird kommen, weil Geld kommt immer dann mit der Proportion, wie starke oder wie schwere Probleme du löst. Und Fitness und Gesundheit ist natürlich ein großes Problem. Wenn du das schnell und gut löst, verdienst du auch mehr Geld damit. Ja, das ist so mein Ansatz, einfach mehr Wert zu bieten. Also eben nicht profitorientiert und das Ganze ranzugehen. Ich würde lügen, wenn ich sage, es geht nicht auch um den Profit. Aber das ist der schöne Nebeneffekt. Ich unterscheide da immer und sage auch meinen Kunden oder meinen Trainern, es gibt Outcome Goals und Input Goals. Mein Outcome ist natürlich, also mein Ziel ist, dass ich Geld damit mache, meine Familie ernähre und mich selber und dass ich in den Urlaub fahren kann und so weiter schöne Dinge leisten kann. Aber was für einen Input muss ich dafür geben? Und der Input ist nicht irgendwelche Werbedeals einholen und dann irgendwas zu promoten, sondern mein Input ist, der bestmögliche Trainer zu sein, damit ich mein Gegenüber helfen kann. Ich glaube, es gibt auch keine bessere Bestätigung, die wir in dem Fall einfach, weil wir ihn auch schon jahrelang kennen, miterleben, nämlich dass Kunden hinkommen mit einem Problem oder mit einer Ausgangsbasis und sagen, ich würde gerne Ziel A erreichen oder einer meiner Träume wäre zum Beispiel, dieses Gewicht zu erreichen und dann innerhalb der Betreuung und dann einfach auch dieses Ziel mit ihm gemeinsam erreichen können, um zu sagen, passt, habe ich geschafft und jetzt bin ich bereit für eine neue Challenge. Anstatt immer nur zu schaukeln quasi, also quasi sich zu bewegen, aber nicht vom Fleck zu kommen. Und neben Social Media quasi ist ja auch Fitness an sich ein sehr großes Thema für dich und in deinem Leben. Ich meine, als Profisportler, du meinst jetzt auch, du bist verletzungsbedingt öfter schon mal irgendwie, war es dringend für dich, an der Fitness zu schrauben und irgendwie da was zu machen. Welchen Stellenwert hat Fitness dann für dich jetzt auch als Privatperson und als Sportler? Also für mich ist Fitness immer gleich Gesundheit. Und Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das ist für mich, so die zwei Sachen, die man zum Leben braucht, sage ich sehr oft, ist Geld und Gesundheit slash Fitness. Aber wie gesagt, ohne Fitness und Gesundheit geht gar nichts. Und deswegen sollte das für jeden Menschen das absolute, die absolute Nummer eins sein. Wir haben nur einen Körper, wir haben nur ein Leben und da versuche ich, oder es wäre eine Schande, wenn ich nicht versuche, das Beste rauszuholen aus meinem Körper. Wie, weil du, weil wir haben ja, ich habe es gerade kurz angesprochen, Thema Verletzungen. Vielleicht kannst du den Leuten kurz mal erzählen, wie das in deiner Sportlerkarriere war. Also eben jetzt bist du Fitnessberater quasi, aber davor warst du ja auch Sportler viele Jahre lang. Wie war da so deine Reise? Also die erste große Verletzung war vor über zehn Jahren. Und das war so der Hauptindikator. Und es gibt ja so vier Bereiche, warum sich Menschen ändern, glaube ich, oder ist auch Studien belegt. Und ein großer Bereich ist, oder ein Satz, die Leute müssen genügend Schmerzen erleben, damit sie sich ändern müssen. Also der Trigger muss groß genug sein. Und mein Trigger war, wortwörtlich, ich hatte Schmerzen, weil ich mich verletzt habe, aber für viele ist vielleicht, hey, du sollst aufhören zu rauchen. Ja, ja, passt schon. Du sollst aufhören zu rauchen. Ja, ja, passt schon. Und dann kommt irgendwann Lungenkrebs vielleicht. Das ist das Schlimmste, was sein kann. Aber manche brauchen diesen Schmerz, damit sie erst aufwachen und sagen, okay, ich muss jetzt wirklich aufwachen. Oder mein Bauch ist zu groß, mein Bauch ist zu groß. Und dann kommen vielleicht Gelenkschmerzen und du kannst nicht mit deinem Kind mehr aufheben vom Boden und dann vielleicht Fußball spielen. Oder schämst dich vielleicht für deinen Körper. Und der Körper sollte nie der limitierende Faktor sein, egal ob Gesundheit oder sozial oder sozioökonomisch, damit ich mich nicht gut fühle. Also das sollte nie der limitierende Faktor sein für mich. Und wenn dann Leute zu dir kommen, die gerade an dem Punkt sind, dass sie quasi brauchen, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, was sagst du denen? Es ist ja schwierig, wenn es dann schon an dem Punkt ist, dann erst zu starten, oder? Aber die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist heute. Also das kann ich auch jedem mitgeben. Das lasse ich so stehen als Motivationssatz. Wir werden auch gleich noch darüber reden, wie Trends denn so funktionieren in den sozialen Medien, beziehungsweise über die großen Trends. Pilates Supercycle. Wir kennen sie alle. Und das besprechen wir gleich. Soziale Medien, die können ja gerade eins besonders gut, nämlich Dinge groß machen, viral machen und Trends auslösen. Zum Beispiel denke ich jetzt an Yoga, an Reforma Pilates, an Cycling. All das sind die Trends, die man gerade wirklich gefühlt in jeder zweiten Story sieht, oder? Genau, stimmt. Es gibt ja ganz, ganz viel, weil du gerade gesagt hast, Reforma Pilates, ein kurzer Funfact. Wann glaubt ihr, wann Reforma Pilates ins Leben gerufen worden ist oder erfunden? Ich muss mich an der Stelle vielleicht kurz outen, weil ich kenne das noch gar nicht so lange. Also Pilates, ich glaube, das war was, was meine Mama auch schon gemacht hat oder so. Aber so dieses Reforma Pilates in der Form, wie man es jetzt online sieht, ist für mich was der letzten paar Jahre eigentlich. Es wirkt so, als wäre es drei, vier Jahre alt. So wirkt es. Weil es so trendy ist. Was ist aber die echte Antwort? 1924 hat Josef Pilates das Körperübungsgerät patentieren lassen. Das ist der heutige Reforma. Also im Grunde genommen genau dasselbe Gerät. 100 Jahre. Genau 100 Jahre. Hätte das bloß gepostet, ne? Er hat es noch nicht groß machen können damals quasi. War spannend. Wie seht ihr, Petra und Ile, das Ganze gefühlt, finde ich wirklich? Es kommt jedes Jahr oder jedes Halbjahr neue Sportart, neue Trends, neuer Trend, irgendwie Bewegungstrend, was auch immer. Sind das Sachen, die aus der realen Welt in die digitale kommen oder entstehen die auf Social Media oder wie läuft das ab? Also ich finde meistens ist es etwas, was in der realen Welt entsteht, weil es doch schwer ist zu sagen, okay, ich denke mir jetzt mal online was aus und schau mir an, wie das offline funktioniert. Aber das wird dann sehr schnell dokumentiert und sehr schnell ein bisschen gepimpt und gehypt und wird dann in die digitale Welt verlagert und dadurch, dass wir alles super easy dokumentieren können, wirkt es dann wie etwas, was online erfunden wurde. Aber solange wir es offline ausüben, muss es offline seinen Ursprung haben. Das Ding ist aber, und das ist etwas, was es vielleicht ein bisschen spannender macht auch, man kann sich schon im Vorhinein überlegen, was ist Instagrammable, was geht gut, wie muss das Konzept aufbereitet sein, damit ich ganz viele Leute dazu bewegen kann, während sie die Tätigkeit ausüben, ob das jetzt Supercycling ist oder Reforma Pilates, dass sie dann auch bereit sind, gerne eine Story dazulassen oder einfach die Beiträge zu veröffentlichen. Also das ist so ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, wo der Nick vielleicht auch ein paar Einblicke geben kann zu dem Projekt des eigenen Fitnesscenters vor ein paar Jahren. Oder auch am Beispiel, das beste Beispiel des Social Media, wie das gepusht worden ist, die Sportart, ist Crossfit. Crossfit hat es ja früher schon gegeben, alle Teildisziplinen, aber nur durch Social Media ist das so explodiert und da sind die Arme, also mit Abstand am stärksten in dem Bereich. Können wir das lernen? Das ist ja auch irgendwie spannend, weil gerade die Klassen, Ilja, du hast es gerade eigentlich schon angesprochen, die Yoga-Klasses, die Pilates-Stunden, die man sieht online, die sind immer in den perfekt stylischen Studios, in beige, mit Pampas-Grase in der Ecke. Also super Licht. Top durchgestylt, super Licht. Hat ja auch einen Grund, weil die Leute posten dann von dort jede Menge, es ist ja auch irgendwo Werbung. Nick ist das, weil man muss ja sagen, das Fitnessstudio von dir, Instagramable hochhundert, also Workout am Dach unter freiem Himmel. War das ein Beweggrund, diese indirekte Werbung? Natürlich war es ein Beweggrund, zum Beispiel einer der Beweggründe, vielleicht Ilja und Peter können sich erinnern, wir waren in Amerika und haben sehr viel Research betrieben und ich habe mal gesehen, also ich habe nur reingeguckt so leicht in die Damen-Garderobe und in der Damen-Garderobe ist das Licht von oben sehr flach gewesen. Das ist wie in einem Fotostudio, dass der Körper sehr flach ist, das Gesicht sehr schmeichelnd und bei den Männern waren Neonrohren oben. Das heißt, dass die Bauchmuskelkontur besser rauskommt. Also das ist auch von Amerika gekommen, das ist auch ganz cool, aber dazu vorher zu diesen ganzen Bewegungstrends und ich sage ganz offen und ehrlich und betone auch Bewegungstrends, das ist sehr wichtig, dass man das alles macht, weil der soziale Komponente ist sehr stark und die Bewegungskomponente, haben wir vorher schon gesagt, ist auch ganz wichtig, aber in meinem Studium Galaxy steht auch ganz groß geschrieben, stop exercising, start Training. Das heißt, hör auf dich zu bewegen und fang an zu trainieren. Denn Training ist nur, wenn man sich verbessert und das ist auch ganz wichtig. Die meisten bewegen sich und machen dann hunderte Kurse und denken sich, ah, warum habe ich nicht abgenommen? Naja, weil dein Körper sich denkt, du verbesserst dich nicht, du machst jedes Mal dasselbe und ich sehe das Tag ein, Tag aus bei uns im Fitnessstudio. Da machen Menschen denselben Trainingsplan ein oder zwei Jahre durchgehend und fragen sich, hey, warum geht da nichts weiter? Das heißt, es geht schon, dass man sich verbessert mit Yoga und Pilates, wenn ich es richtig verstehe, man muss nur die Leistung irgendwann steigern quasi, oder? Genau, man muss irgendwie die Leistung steigern in dem Bereich, aber der Hauptgrund, warum die Menschen ja eigentlich zum Sport kommen, ist, weil sie sich besser fühlen wollen. Das ist das Wichtigste, weil nur besser auszusehen ist ein ganz schlechter Indikator, ob man sich besser fühlt. Das zeigt vielleicht nur die Waage an, aber ganz wichtig, dem Körper könnte auch nicht, ich will jetzt nicht schimpfen da, mehr egal sein, wie du aussehen möchtest. Dein Körper versteht nur, was gibst du für Inputs, also wie denkst du, was für guten Sauerstoff atmest du ein, was für Wasser trinkst du, was für Ernährung isst du, welche Trainings machst du, also wirklich Trainings, welche Bewegung führst du zu, wie gute sozialen Kontakte hast du und dann sagt er, ah, das passt für mich, ich fühle mich da wohl, dann nimmt er ab als Nebeneffekt. Natürlich muss man schon Sachen tun dafür, aber es sollte eigentlich ein Nebeneffekt sein. Das bessere Aussehen sollte nie das Hauptziel sein, weil es immer nur kurzfristig ist. Also das ultimative Ziel von Fitness und Gesundheit ist, sich besser zu fühlen. Du bist ja, also wie soll ich sagen, du hast vorher erwähnt, Entertainment ist überhaupt nichts für dich in den sozialen Medien. Euer gehört auch dazu, aber nicht als Fitnesstrainer, finde ich, und nicht als Gesundheitsapostel. Du sagst es. Und wie du soziale Medien nutzt oder vielleicht auch wie du den Leuten empfehlen würdest, soziale Medien zu nutzen, darüber werden wir gleich noch sprechen. Nick, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Thema soziale Medien auch gemeinsam mit, wie man sie nutzt und wie es der mentalen Gesundheit gut tut oder vielleicht nicht gut tut. Was würdest du denn sagen, als einer, der in den sozialen Medien ja trotzdem irgendwo zu Hause ist, wie nutzt man denn deiner Meinung nach die sozialen Medien verantwortungsbewusst? Es gibt schon mal ein paar Grundregeln, finde ich. Die erste, wenn man das als Prinzip sieht, man sollte was kreieren, also was schaffen und nicht so viel konsumieren. Weil es ist die ganze Zeit so ein Konsumverhalten, das ist mal nicht gut. Der zweite Punkt ist, es gibt Apps, die man dazwischen schalten kann, die zum Beispiel, ich drücke jetzt auf Instagram, dann poppt aber vorher eine andere App auf und die sagt, atme einmal tief ein und aus. Weil oft ist es gar nicht so, man will auf Social Media drücken, sondern es ist einfach Gewohnheit. Dann drückt man drauf, poppt die andere App auf, einmal einatmen, ausatmen und dann denkt man sich, okay, ich muss eigentlich gar nicht. Jeder kennt das, er steht vielleicht beim Aufzug, wartet oder irgendwo an der roten Ampel und denkt sich so, ah, meine Finger jucken schon, ich mag zum Handy greifen, aber eigentlich ist es komplett sinnlos. Und da sind wir auch schon dabei, wenn du Social Media öffnest, denk dir vorher vielleicht, hey, was würdest du gerne sehen? Wir waren noch nie in einer Zeit auf neurochemischer Ebene, also fürs Gehirn, dass das Gehirn so viel Kontext-Switching machen muss. Einmal kommt ein Hund, dann kommt irgendein Mensch, dann kommt was Lustiges, dann kommt was Informatives, dann kommt was Spannendes, was Schreckendes. Und mit dem kann das Gehirn eigentlich nicht wirklich umgehen. Und das belegen auch viele Studien. Viele Menschen gehen auf Social Media, weil sie denken, es wird Stress abgebaut. Ah, jetzt ist Arbeitsschluss und ich lege mich auf die Couch und tu mal kurz Social Media scrollen. Gehirnausschalten. Aber das ist eben nicht Gehirnausschalten. Das Dopaminsystem, aber vielleicht kennen Leute, die das zuhören, also Dopamin, Serotonin, Neurotransmitter, die im Gehirn sagen, ob man sich gut fühlt oder nicht sozusagen. Und es birgt ein sehr starkes Suchtpotenzial im Handy, das weiß schon hoffentlich jeder. Also man muss das wirklich mit Bedacht nutzen. Wenn der Punkt kommt, dass du scrollst und nicht mehr genau weißt, warum du scrollst und trotzdem noch weiter scrollst, dann würde ich sofort abdrehen. Weil dann ist dein Dopaminsystem leer und das ist wie, als würde ein Hund irgendwo graben und sich denken, da ist ein Knochen und er macht das jeden Tag. Wenn wir das Tier beobachten würden, würden wir sagen, hey, das Tier ist krank, das hat irgendwas. Aber bei Menschen denkt man sich, und man sieht das in der U-Bahn oder man sieht das überall öffentlich. Leute scrollen, wissen eigentlich gar nicht, wonach sie suchen, suchen aber immer weiter, weil sie denken, es kommt ein Reward, es kommt eine Belohnung, aber es kommt nichts. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Würdest du sagen, das funktioniert bei dir? Kannst du das auch wirklich eins zu eins so umsetzen in deinem privaten Leben? Dadurch, dass ich es weiß, sage ich mal, ich kann es acht von zehnmal umsetzen. Die zweimal, die ich es nicht umsetzen kann, da ist meistens auch dieser Faktor, wo ich mir denke, uh, jetzt warum mache ich das überhaupt? Und dann gebe ich es aber wirklich den ganzen Tag weg und gebe mir sozusagen Zeiten für Social Media. Was will ich jetzt wirklich da suchen? Und dann suche ich noch etwas. Und dann lasse ich mich berieseln, so im Creativity Space und denke mir, ah, da kann ich Inspiration suchen, da vielleicht, das ist interessant. Aber einfach zu öffnen, um zu scrollen, also der einzige Faktor, dass ich scrollen möchte und mich berieseln lasse, also das würde ich nicht machen. Sehr, sehr spannend. Gerade eben, weil Social Media trotzdem so ein großes Thema für dich ist in deinem Leben. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die coolen Insights. Danke euch. Danke auch, Petra Milia natürlich, dass ihr auch wieder da seid. Wir sind auch nächste Woche Dienstag wieder am Start. 20 Uhr, selbe Zeit, selber Ort. Und ich würde mal für uns alle sprechen, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr einschaltet.